Musik Hallo, guten Tag. Mein Name ist Bernhard Gribbleben. Ich bin Ortsbürgermeister der kleinsten Gemeinde, Verbandsgemeinde Zweibrückenland, Mauschbach. Wir haben 320 Einwohner und ca. 400 Hektar Land. Wir liegen südlichem Reich zwischen dem Zweibrücker Flughafen und der Landesgrenze zu Frankreich. Angrenzend an unsere Gemarkung kommt die Stadt Hornbach. Hier haben wir die Einkaufsmöglichkeiten mit Apotheke und Ärzteversorgung, sowie auch andere Möglichkeiten wie Friseur oder kleine Geschäfte. Alles, was für uns sehr wichtig ist, ist die Natur. Da sind wir mit dem Wanderweg, Storchen und Libellen, sowie auch der Büffel-Rundwanderweg stark frequentiert. Musik 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 Musik